Die Bücher Könige und Chronik Salomon, der weise König Eines Tages kamen zwei Frauen von nicht sehr gutem Ruf zum König. Es waren zwei Prostituierte, die einen Streit miteinander hatten. Eine von ihnen trug ein Baby auf dem Arm, die andere erzählte folgende Geschichte. Wir beide waren zusammen in meinem Haus. Vor einiger Zeit habe ich einen Sohn geboren, den ich sehr liebte. Drei Tage später hat die andere Frau dort auch ein Kind geboren. Einen Sohn, so wie ich. Als ich nun heute Morgen aufwachte und meinen Sohn stillen wollte, sah ich, dass er tot war. Als ich ihn aber genauer bei Tageslicht anschaute, merkte ich, dass es gar nicht mein Sohn war, sondern der von der anderen Frau. Die hat ihren Sohn im Schlaf erdrückt und mir das tote Kind heimlich an die Seite gelegt und meinen Sohn gestohlen. Nun möchte ich mein Kind wiederhaben, aber sie rückt es nicht heraus. Nein, schrie die andere fast hysterisch, das lebende Kind ist meins und ich lasse es mir von niemandem wegnehmen. Der König sah sich den Streit in Weilchen an. Er sollte jetzt Recht sprechen und die wahre Mutter herausfinden. Zuerst machte er deshalb noch einmal eine Bestandsaufnahme. Diese Frau spricht, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot, die andere aber spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch meiner lebt. So war die Lage. Ein Laboratorium, wo man anhand von Blutuntersuchungen oder einer DNA-Probe leicht die wahre Mutterschaft hätte feststellen können, gab es damals ja noch nicht. Der König stand wirklich vor einer schweren Aufgabe. Plötzlich sagte der Herrscher laut und entschlossen zu seinem Diener, bring mir ein Schwert. Es wurde totenstill im Saal. Als der Diener mit dem großen, blanken Schwert in der Mitte des Saales stand, waren alle Augen gespannt und entsetzt auf die Waffe gerichtet. Nun sprach wieder der König. Nehmt das lebendige Kind, teilt es in zwei Hälften und gebt jeder der beiden Frauen eine Hälfte. Ein Weilchen blieb alles still. Dann schrie auf einmal eine der beiden Frauen laut auf, Nein, nein, tötet das Kind nicht. Dann gebt es lieber der anderen, aber tötet es nicht. Die andere Frau mit dem Baby auf dem Arm schien aber ganz ruhig über diesen Schiedsbruch zu sein und ließ Anzeichen der Zustimmung erkennen. Da sagte der König, Nein, teilt das Kind nicht, gebt es dieser Frau, die um sein Leben gefläht hat, denn sie ist die richtige Mutter. Vielleicht hast du diese Geschichte schon einmal gehört. Sie ist einfach klassisch, steht in der Bibel und beschreibt das erste Urteil, das der junge König Salomo fällte. In 1. Könige, Kapitel 3, schließt der Geschichtsschreiber seinen Bericht mit diesen Worten, und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Und wirklich, mit diesem Urteilsspruch bewies der König nicht nur, dass er auch die Sachen des einfachen Untertanen anhörte, sondern er ließ eine tiefe Einsicht in das menschliche Herz erkennen und eine außergewöhnliche Weisheit zum Richten. Diese Weisheit Salomos ist bis heute sprichwörtlich und in aller Welt bekannt. Aber wer war Salomo? Wie kam er zu dieser Weisheit? Und wie endete sein Leben? Das sind die Fragen, denen wir heute noch etwas nachgehen wollen. Salomos Anfang Salomo war also der Sohn Davids und der Batzeba. Er war nicht der älteste Sohn Davids, sondern der siebte. Schon bei seiner Geburt hatte Gott ihn dazu erwählt, der Thronfolger Davids zu werden. Auch erklärte ihn der Herr zu seinem Liebling. Noch zu Lebzeiten Davids kam er auf den Thron. Nach dem Tod seines Vaters führte er erst eine Säuberungsaktion durch, die sich gegen die Feinde Davids und etwaige Rivalen richtete. Durch diese Aktion wurde der Thron gefestigt und Salomo wurde ein starker König. Am Anfang seiner Regierungszeit hatte Kronis dieses Urteil über Salomo. Er hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David. Das war ein guter Anfang. Eines Tages, als Salomo gerade nach Gibeon ging, um dort dem Herrn Opfer zu bringen, erschien Gott ihm im Traum und sprach, Bitte, was ich dir geben soll. Salomo war verblüfft. Dann gibt er darauf spontan eine sehr demütige und gottergebene Antwort. Zum Schluss sagt er etwa so, Herr, wenn du mir schon etwas geben willst, dann gib mir ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk richten kann und verstehe, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, gib mir Weisheit zum Regieren und Richten. Diese Bitte gefiel Gott sehr gut, und er antwortete dem jungen König, weil du nicht um ein langes Leben, um Reichtum, noch um den Sieg über deine Feinde gebeten hast, darum gebe ich dir jetzt ein weises und verständiges Herz, sodass du weiser bist als alle, die vor dir waren und nach dir kommen werden. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre. Jetzt wissen wir, woher Salomo seine Weisheit, seinen Reichtum, Ehre und Macht bekam. Er hatte in jeder Beziehung einen guten Start. Er übernahm ein großes, gefestigtes, sicheres Königreich von seinem Vater und stand unter dem ausdrücklichen Segen Gottes. Und Salomo selbst war fromm, demütig und dem Herrn ergeben. Salomos Glanz Salomo hatte also von David das geeinte Reich in gutem Zustand übernommen. Er brauchte keine Kriege mehr zu führen und keine Feinde zu fürchten und zu bekämpfen. Während seiner Regierungszeit gab es Ruhe an den Grenzen und im Innern des Landes. Seine ihm von Gott geschenkte Weisheit machte sich überall bemerkbar und er wurde in aller Welt berühmt. Salomo hatte auch Weitsicht und Initiative. Er ließ viele Häuser und Städte in seinem Reich bauen und es herrschte Vollbeschäftigung zu seiner Zeit. Er entdeckte Kupfer im Negev und beutete die Minen aus. Er handelte viel Gold ein, es zogen die Karawanen durch sein Land und Israel bekam die Zölle und Gewinne davon. Das Land blühte auf und Salomo kam zu unermesslichem Reichtum, Ehre und Macht. Die Bibel berichtet, dass Israel so reich wurde, dass es in Jerusalem so viel Gold und Silber wie Steine gab. Zu dieser Zeit machte sich der König auch daran, den Tempel zu bauen. David hatte schon den Wunsch gehabt, dem Herrn ein Haus zu bauen, aber der Herr verwehrte es ihm. Er hatte Salomo dazu bestimmt. David konnte aber doch schon viel Baumaterial für den Tempel vorbereiten. Dann bat er seinen Sohn dringend, dieses Werk in Angriff zu nehmen. Es war eine sehr günstige Zeit für dieses Unternehmen und der Tempel wurde wirklich ein einmalig prächtiges Bauwerk. Salomo hatte sehr viel Verständnis für Kunst. Er hatte Organisationstalent, genug Gold und die geeigneten Leute zur Ausführung des Baues. So wurde der Tempel innerhalb von sieben Jahren errichtet. Er war nicht nur ein würdiges Gotteshaus, sondern auch ein Gebäude, das den Ruhm des Königs vergrößerte. Dieser Tempel löste die Stiftshütte oder das Zelt der Zusammenkünfte ab, das das Volk beim Auszug aus Ägypten in der Wüste unter der Anleitung von Mose errichtet hatte. Der Tempel war später immer noch ein Symbol der guten alten Zeit in Israel und ist bekannt geblieben als Tempel Salomos. Viele Besucher kamen nach Jerusalem, um den Tempel zu sehen und den König zu sprechen. Weise Herrscher und Könige reisten von weit her und brachten Salomo Geschenke und Huldigung. Sie wollten die Wunderwerke des Königs sehen und seine Weisheit kennenlernen. So war Salomo der weiseste, reichste und berühmteste König aller Zeiten geworden. Damit ist er ein Vorbild auf Jesus Christus, den König aller Könige und Herrn aller Herren. Leider blieb aber Salomo in seinem Herzen nicht der, der er einmal war. Sein Ruhm und seine Weisheit sind ihm ein bisschen in den Kopf gestiegen. Er wurde stolz und hart gegen sein Volk. Die Abgaben und Dienstleistungen, die er von seinen Untergebenen verlangte, wurden immer höher und drückten schließlich das Volk sehr. Salomo nahm sich viele Frauen. Die Mehrzahl waren ausländische Prinzessinnen, die er wohl auch aus politischen Erwägungen heiratete. Das war auch nicht Gottes Wille. Und so wurden ihm die vielen Frauen zum Verhängnis. Wenn Salomo eine neue Frau nahm, schaute er nicht nach ihrer Religion, sondern nach ihrem Äußeren und dem Nutzen, den sie dem Reich bringen konnte. Die meisten Frauen waren aber Heiden, die ihre Götzen mitbrachten und die anbeteten. Im Laufe der Jahre empfand Salomo gar nichts Schlimmes mehr darin, seinen Frauen zuliebe bei ihren Götzenkulten und Festen zugegen zu sein und auch die Rituale mitzumachen. Er sah schließlich keinen Unterschied mehr, ob man den Gott Israels anbetete oder irgendeinen anderen Götzen eines Nachbarfolges. Salomo dachte wahrscheinlich, wie viele Weise und Freidenker auch heute argumentieren. Es spielt doch keine Rolle, welchen Gott man anbetet. Alle Religionen sind doch gut und führen schließlich zum Himmel. Aber diese Idee stimmt eben nicht. Indem Salomo sich für andere Götzen und Religionen öffnete, wurde sein Verstand verfinstert und sein Unterscheidungsvermögen getrübt. Gott teilt seine Ehre nicht mit anderen Götzen. So wurde Gott zornig über Salomo, rückte ihn scharf und kündigte seinem Haus Gericht an. Das Königtum sollte von Salomo genommen werden und einem von seinen Untertanen gegeben werden. Für seinen Sohn sollte nur noch ein kleiner Teil von seinem großen, herrlichen Reich übrig bleiben. Und so geschah es auch. Für heute möchte ich unsere Aufmerksamkeit nur noch einmal auf die Tatsache lenken, dass Salomo einen sehr guten Anfang in der Nachfolge des Herrn und in der Ausübung seiner Pflichten machte, aber ein schlechtes Ende nahm. Nun zählt aber bei Gott nicht nur der Anfang, sondern gerade auch das Ende. Darum, wenn du einmal gut mit dem Herrn begonnen hast, richte deine Augen auf das Ziel und denke daran, dass es darauf ankommt, dass du auch noch nach vielen Jahren und bis ans Ende des Lebens dem Herrn mit unverminderter Liebe und Treue folgen und dienen musst. Und du, der du einmal gut begonnen hast und jetzt schon auf halbem Wege stehen geblieben oder abgeirrt bist, noch ist es Zeit zur Buße und Umkehr. Vergiss nicht den guten Anfang und die Segnungen, die Gott dir geschenkt hat. Wir beten noch. Herr Jesus, wir bitten dich, mache uns treu. Lass uns nicht vom Wege abirren und hilf uns, das Ziel zu erreichen. Schenke doch auch, dass manche unserer Hörer, die sich von dir abgewandt haben, zurückfinden und ihren Weg mit dir fortsetzen. Amen. 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 Amen.